Musik 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 Das ist etwa 2,10 Meter Spannflügel. Links ein Kilo. Das ist mit einem Sanktor TG90. Das ist etwas Spezielles. Die 3-Sylinder-Stermer hier. Es gibt einen tollen Sound. Und auch entsprechende Pumps für die Flügel. Die 2-Stermer war die Flügel. Sie hat die Flügel. Verbesserung werden Sie meine Flügel. Die Flügel ist das sehr schön. Die Abkäufebrücke ist natürlich schon wie ein kleines Jahrhundert. Die Wandtragung der Kunstflug ist dann von der Jacht der Übergang auf Zugriff gekommen. Die Zugriff sind durch die Tour. Sie haben die Voll-GFK-Technik, die deutsche Hersteller haben. Ob das extra ist oder andere, die amerikanische Bühne haben immer mitgebracht. Dann ist auch die Sternmotore-Geschichte, die immer ihre Adletti herstellen. Das ist eine russische Sternmotore-Geschichte. Wir haben zwei neue Richtlinien. Wir haben immer noch einen Power-Kalm, wie es die Piloten verlangen können. Wir haben nie genau gewusst, wie die PS die Maschinen haben. Wir haben jetzt 126 und 810. Jahrhundert eine Pfanne und ist die Kommunesgruppe oder die Frise. Wir haben eine Pfanne und eine Pfanne. Wir haben jetzt 4,7 bis zur Seite. Wärmste 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 J reproches. Sie brauchen auch ein Teil der Rundung. Das ist ja kein Flugzeug. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020